Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine, darauf satzt ich den Ellenbogen, ich hätte nie ne Hand geschmogen. Wenn das Kinn und Bein in Waue, so dacht ich mir viel Ange, wie man zerwälte, sollte leben, einen Rat konnte ich gegeben, wie man Brüding erwurte, der keines nicht verdurte. Die zwei sind der unfahrende Gurt, das dick ein anderer Schaden tut, das dritt ist Gottesulde, der zweier übergolde, die wollte ich gern in einen Schrie, ja leider dessen mag nicht gesehen, dass gut und weltlich Ehre und Gottes hulde Meere zusammen in ein Herze kommen, Stieg und der Wege sind die hinbenommen und trüßt in der Saße, Gewalt fährt auf der Straße, Fried und Recht sind sie ihre Wund. Die drühen habend geleitet nicht, die zweien werden i gesund. Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020